Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aliens Warm und zwar Part 8. Mit dabei wieder Highway Cookie und der 55 Player a.k.a. a.k.a. first. A.k.a. 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 Und der Sock Kellox natürlich noch, der sich selbst nie vorstellt. Und dann gehen wir mal los mit der geilen Sniper der neuen. Und unsere nächste, unsere letzte Aufnahmesession war ein bisschen weit entfernt. Bisschen. So circa zwei Wochen. Alter, ich lag hier rum, das ist echt nicht mehr feierlich. Okay. Alter, die Sniper ist voll der Rotz. Pass auf, da ist das Infiziertgeschiss da, die Headcops. Ach, die Folge ist gelistet, da hätte ich gleich ein Flamm. Die kleinen Dinger da noch. Ich hab ein Flamm hier. Wir, wir brauchen hier einen Flammwerfer. Ja, ja, ich komme. Ach, sorry. So, es brutzelt. Ich wird dicker, ist ja eklig. Und dann, 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 dann. Ja komm, jetzt, komm weg. Er hat plötzlich nach hinten geschubst, ey. Das ist doch echt nicht mehr normal. Ich krieg plötzlich Damage und werd rumgeschubst. So gehört sich's. Okay. Wahrscheinlich ist sein Bild hier grad ein bisschen ausgelastet. Ja, aber nur ein bisschen. Bei einem Download, einem Upload und alles load. I reload. So, wie... da. I reload. Ich weiß nicht mehr in welche Richtung ich ballern soll. Ich brauche Heilung. Shit, ich bin infiziert. Nein, 55 Player Dental. Ich bin viel heftiger infiziert hier. Ich bin der infizierteste. Du bist infi... Du bist Mause tot. Du bist die Infektion in Person. Und schon wieder infiziert. Gott, dammit. Okay, nein. Dammit, Mann, down! Looks like an die der New Diggins. Ja. Nicht genug da, jei. Nein, 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 nein. Du musst du wo der... und an der... Du möchtest einfach abruzeln. Was rauscht dir so? Alter! Nicht ich. Was rauscht dir so? Was rauscht dir so? Was machen was, gerade? Es waren diese explodierenden Teile, die rauschen so. Ja. Achso, okay. Schlechte Creeper nachmachen. Ich hab das mit 242 EP und... ... und... ... und... ... Freundabschluss ist der Heuwey mal ganz oben. Oh, aber wie weit? Gesundheit... Ähm... Ja, okay. Also, Neustart. Bereitschaft dazu. Gesundheit war ich ganz oben. Ich brauch ne Neuwe ey. AUSAR am Ende. caution Ladest québerlau wachaita wird es nicht mehr? Wir stehen wieder mein Schwarz Astrid. Also und es steht gerade auf der Kippe. Soll ich das... Denkt d Order! Denkt ihr ich sollte das sagen oder nicht oder wie oder was? Hau rein los! Ist scheißegal! Du händerst deine Meinung! Wo ist denn Ground bey 2005 unter uns? Ist ja nur YouTube. Ja... Es steht gerade auf der Kippe, ob ich mir auch quoi? Vielleicht einen neuen Kanal mache. Machen du diese Merk publish auf Kongatique? Ich mach zwar dann immer noch viel mit Gameplay-LPT's und mit den anderen beiden Typis hier, die mit mir gerade hier labern. Aber es ist eben die Frage, weil es gibt gerade etwas viel Streit zwischen uns und deswegen überlege ich es mir halt. Und ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. So was ist denn bei Kindergarten? Genau, mal sehen, was uns die Tage so bringen. Kindergarten-Party, Kindergarten-Party, Kindergarten-Party. Yo, auf jeden Fall. Wie wärst du mal mit bereit? Ja, Mission Start. Hey, wieso geht das nicht? Oh ja, tot. Ihr verbrennt erstmal alle Biomasse bevor ihr sterbt, haben wir uns verstanden? Bevor ihr sterbt, ja, ok. Dann lass mich mal vorrennen. Lass mich mal vorrennen, bitte. Ich hab dieses Brutzel gemacht. Boah, Brutzel mich nicht an. Oh, heute gibt's frittiertes Highway-Keks. Ich kann hacken, warum kann ich hacken? Wie funktioniert das Hacken? Alter, wo bist du? Aktien, Atmosphäre, Neuigkeiten. Ich kann mal lesen. Ich guck mal, wie die Aktien skippen. Ja, ich schau's nicht an. Ja, ich kann das, ich kann da nicht zugreifen. Und die Atmosphäre, wie ist die Atmosphäre hier? Aha, super. Scheiße. Scheiße. Ja. Äh, AK? Ja. Ach da, da bist du. Hallo. Ich bin normal vorgelaufen. Highway. We wait for you. Ah, halleluja. Halleluja. Wie sieht die aus dem Boden raus? Geh da weg, du Idiot. Ja, ja, das kann ich. Also, ich weg hier rum, das ist echt nicht in der Fall. Los geht hier. So wer ist ali? Aua. Dümm. Aua. Dümm. 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 Er aussieht wie du Stress mit dem Thema Lass mal auf Highway warten, bitte Der Highway, der macht sein eigenes Ding hier gerade Gut, dann ding ich mein eigenes Ding auf Karate! Ich brauche Leben! Highway, we need your help Ich bin zu super für Hilfe Ich bin zu super für Hilfe Hilfe und so Pfuh Das war knapp Ehrlich Highway So Ein bisschen Flamper fangen Oh Nein, Aua Geh weg Ich brauche auch viel Highway bitte, komm mal Komm dir doch zu mir Ach hier, heim Hallo Ja, weil du immer nicht aufpasst wie du kassierst Ja, wenn ich hier so umlecke Dann kann ich auch nichts dafür Aua Ah, ich dachte schon, das wäre feindlich Das Lila-Britzel-Ding Das ist den Lila, das ist großer Woppa-Lila-Britzel-Ding Da hinten ist Biomasse, verbrennt die mal Woppa-Lila-Britzel-Ding, oh yeah Woppa-Britzel-Ding Where's the Biomasse? Bam So, und wir hängen jetzt schon ziemlich lange hier an dem Level Ja, wie immer Aber das ist mir inzwischen bei diesen Let's Plays gewohnt Und sobald's Niki weg ist, alles ist wieder gut Geht, Adai Dann sterben wir nicht so, wie alles ist wieder gut Ach shit, die Pfiff ist leicht Der ist ja gerade nicht da, also können wir alle damit schieben Ähm... Oh shit, 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 shit Aua, au, au Also ja, okay, ist der Kerner-Graft, okay Ja, haach Ach was Ne, nein, nein, oh mein Gott war das knapp Verdammt Ihr liegt mir gepackt das weißt du schon, oder? Nein Weiß ich nicht Ich weiß gar nix Ja, diese komische Kantine, wie kriege ich die Tür auf Tür verschweißt, halt, wie kriege ich die auf Ich komm mal zu dir, ich komm mal zu dir, ich hab wirklich gar nichts, ich hab gar nichts. Falsche Richtung, da kommst du nicht lang. Ja, ja, ja. Kommt schon, steibt, steibt. Bitte, bitte, oh Gott. Oh, tut das gut, Leben. Alter, also wie... Mann, wer ist... Ach, Mann. Oh, shit. Puh. Das war grad ein bisschen knapp. Recht, ihr benutzt aber auch nie Nahkampfattacken. Doch, ich schon. Aber bei mir kommen dann... Ja, ich auch, aber wenn ich so lange, dass ich, wenn ich geschlagen werde, erst zwei Sekunden später die Gegner sehe, die mich schlagen und dann plötzlich 10 Meter neben mir stehe, dann ist es halt schon scheiße. Du stehst immer neben dir. Cover me, cover me, cover me, cover me. Yes, yes, I'm covering. Everyday, I'm covering. Und dann, und dann muss er die Feuerlöscher nehmen, um sich selbst zu löschen. Oh, shit, 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 was denn das von Zeug? Ja, die vier sind so scheiße. Nein, 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 geht weg. Geh weg, geht weg, bloß verbrennt. Burn down. Ja, aber viele Kills schon mal in diesem, in diesem Level. Ja, gut voll. Zack. Shit, so, kommt schon, verbrennt schon. Burn down. Also ich würde sagen, ihr müsst da oben hin, ihr müsst aber auch da unten hin. Ich brenne, ich brenne. Da hab's noch was vergessen. Oh, klar. Da lang. Äh, ich möchte so ein bisschen hier, hast du noch? Aber nur ein bisschen. Da lang. Da lang. Ihr müsst zurück, hallo? Dankeschön. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr da oben macht, ihr müsst da oben hin. Da lang. Hier, Spiomasse, verbrenn die. Ja, ich komme auch, ich komme. Ah, da, okay. Einmal unten hin und einmal oben hin. So. Ja, dann gehen wir erstmal hier lang. Einmal da hin und einmal da hin. Pass auf, da sind Infizierte drin. Pass auf die Infektionsquellen auf, ich kann nicht heilen mit dem Infizierpisch. Okay. Nein, ich seh sie. Shit. Ah, Hilfe, 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 geht weg, geht weg. Erstmal hier hin. Oh shit, 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 shit. Seht ihr noch was auf eurer Minimap? Äh, ja. Ganz viel gelb. Zu viel gelb. Hihi, gelb. Auf. Geh mir nicht im Weg, wenn ihr Infektionsquellen ist, will ich sofort umdrehen können. Hier, verbrennt Biomasse. Ambulstschwarmelk. Okay. Boah, ihr braucht noch da, ihr müsst da hinten hin dann noch. Da oben hin. Shit, ich hab nur noch fünf Schuss von dem Flammenwerfer. Achtung, hinter dir. Ja. Ich würde verbrenn jetzt mal, los. Geht doch. Ja. Ja. Nein. Biomasse habt ihr alle zerstört, jetzt seid ihr nur Schwarm-Eier. Nein. Shit, 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 shit. Biomasse hangt ihr alle? Oh ja. Nein, 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 nein. Scheiße. Warst du infiziert? Nein, ich hatte so eine Kopf... Äh, ist seitdem. Infiziert. Ah, shit. Nimm einen Flammenwerfer mit, oder? Das wären doch alle Biomasse, die Termin framework dafür. Ja. Ja, jetzt musst du noch sechs Schwarm-Eier zerstören und dann musst du in den Aufzug. Da rüber, da rüber, da rüber, da rüber, rückwärts, da muss du noch, da ist noch was. Rechts, rechts, runter, absolut null, da muss was sein, in dem Bereich, da, gut. So, wieder zurück, gleich zum nächsten. Genau, jetzt, ähm, warte ich, nein, da ist nichts mehr, nein, da ist nichts mehr. Doch, da ist aber noch was. Da, ich hab auf der Minimap einen Weg gemacht. Genau, genau da wo AK jetzt den Weg macht, da musst du lang. Da, genau, am besten nicht abbrennen. Reloading, reloading! Reloading, reloading! Achtung, ah, das war grad cool. So, äh, nee, runter, runter, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Nein, nein, zurück. Da rein, das Labor da drüben. Da. Da, nein, 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 runter, 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 runter. Runter? Also nach unten. Und jetzt links, 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 genau da rein, genau. Okay. Ähm, das nächste. Hey, das ist immer noch da. Ne, nicht mehr. So, jetzt musst du ganz hoch. Guck, hier, äh, folg meinem Dings da. Genau da hin. Links, 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 weiter links. Nach da oben? Den ganzen gelben Gebrutzel. Äh, ja, genau. Ja, toll, ich seh so viel gelbes Gebrutzel, dass ich nix mehr... So, und jetzt... Hier eben, einfach immer der gelben Spur folgen. Sobald du nicht mehr drauf bist, ist irgendwas falsch. Na toll, Techniker benötigt, willst du mich verarschen? Du kannst es auch aufschießen. Ja, so viel Muni hab ich ja nie im Leben. Doch. Irgendwo gibt's wahrscheinlich noch, äh, bestimmt irgendwelche Packs. Geht das so kaputt? Ja, das ist Munitionsparen, aber dauert. Okay, gut. Oh mein Gott, du bist unser Held. Da drin ist ne Headcrabs, das könnte gefährlich werden. Ja, hast du nen Flammenwerfer? Zwei Headcrabs. Ja, ich seh's. Hast du nen Flammenwerfer, dann nimm den lieber. Ja. Wir hatten nich. Nein. Okay. Schade. Dum dum. Wir geholt. Jaaa... Es ist witzig, wie die Muni zünder immer so, wie so'n... Ne, warte mal, ich guck mal, da unten lag doch noch irgendwo ein Muni-Pack rum. Ja. Stim-Pack. Komm. Shut the fuck up. Ah, hier liegt's. Guck. Ja. Boah, perfekt wieder hier die Nahkampf-Skills. Bam bam. Wie das aussieht, wie so'n Luftballon hier platzt. Jaaa, und dann so ganz kleine Stückchen halten. Ja. Okay, jetzt wird's gefährlich. Noch einmal durchheilen. Okay, du schaffst das. Und... Wenn ich jetzt infiziert werde, dann bin ich gefickt, Alter. Ja. Bam. Jetzt komm. So. Oh Gott. Da ist noch eins. Ich seh's. Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Ja, raus da, raus da, raus da. Jetzt zum... Jetzt ist da oben gespielt. Jetzt nur noch da rüber, da rüber. Rechts runter, rechts runter. Oder da rüber. Rechts runter. Ja, ich geh da... Ja, ich geh da runter. Ja, dann da rüber. Ich muss mit meiner Munition scheiße sparen. Ich muss mit meiner Munition scheiße sparen. Bäm. 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 Oh mein Gott, du schaffst das auch noch. Bitte schaff es, bitte schaff es. Ich glaub an dich. Vorm Aufzug ist eine kritische... Dauer nach oben. Hoch, links. Genau. Geradeaus, einfach noch geradeaus. Problem ist, versuch erstmal den Aufzug zu schaffen. Und das hab ich letztes Mal auch so weit geschafft. Und dann da wird's kritisch. Da musst du übelst lang warten. Ach du Scheiße. Ich hab fast keine Money mehr. Jetzt muss ich Nahkampf-Action hier machen. Ja. Du hast volles Leben, du schaffst das. Stimmt, stimmt. Da sind wir in der Aufnahme, glaub ich sogar. Ja, ja. Irgendwie lang haben wir schon? Ich weiß nicht. Ach. Scheiße. Egal. Platz bitte. So. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Moment. Hä, du hast ja gar keine Munition mehr. Ja, ne, ne. Er hat auch nicht so einen Shotgun. Oder? Ah ja. Geh mal nach oben nochmal. Schau mal, ob der schon da ist. Der ist oder nicht. Shit. Komm, du schaffst das. Was? Achtung. Ja, genau. Das ist wie so'n Geschicklichkeit-Spiel. Oh shit. Komm schon, komm schon. Falsch. Es ist Geschicklichkeit. Achtung. Boah, der geskillte Gamer hier. Ja. Oh ja. Yes. Yes. Wow. Yo, eine Mission geschafft. Gloria, ich hab Schluss für diese Episode. Wir sind nämlich bei 17 Minuten. Boah, scheiße, bocht mir das Herz. Boah. Danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Danke, danke. Oh, Brandgeschoss Sentry Gun. Okay, cool. Ja, dann war's das für die Folge. Eine erfolgreiche Folge. Endlich mal. Gut, dann... Dann herzliches Danke fürs Zusehen. Ja. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.